Über Neuwahlen entscheidet am Ende nicht das Volk, sondern der Bundespräsident. Aber auch nur dann, wenn entweder die Wahl des Bundeskanzlers scheitert oder der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt und verliert. Dieses Szenario aktuell wohl eher unwahrscheinlich. Natürlich gibt es Alternativen. Es gibt skandinavische Modelle, wo es Minderheitenregierungen gibt, die sich jeweils die Mehrheiten zusammensuchen müssen. Es gibt holländische Modelle. Es gibt ganz viele andere Wege, es zu machen. Nur, wenn man sozusagen an der Macht klebt, um an der Macht zu kleben, ich glaube, das schädigt auf die Dauer die Fantasie. Ich habe noch nie Minderheitsregierung in der Bundesrepublik Deutschland. Das hat seinen Grund. Das ist hier ein bisschen anders als in Dänemark. Wissen Sie, das ist wie meine Lehre. Ich meine, ich habe eine vage Erinnerung. Ja, ich weiß. Wir haben das immer so gemacht. Wir haben das immer so gemacht. Ja, ist richtig. Ein Mann, der sich Kolumbus nannt, war in der Schifffahrt wohlbekannt. Es drückten ihn die Sorgen schwer. Das Problem ist, alle drei Parteien haben Angst vor Neuwahlen, weil sie nach jetzigem Umfangstand keine Mehrheit mehr hätten. Genau das ist das Problem aber auch. Und deswegen befürchte ich fast, dass die noch sehr lange, oder noch bis zur nächsten regulären Wahl, dran festhalten werden. Wir machen mal eine Frage in die Runde. Ja, nein, Spiel. Wer ist hier am Tisch für Neuwahlen? Fangen wir an zu meiner linken Seite. Ja, nein, Neuwahlen. Neuwahlen. Herr Gräber. Neuwahlen. Herr Lüberding. Neuwahlen wird es nicht geben. Ich weiß gar nicht, wie die zustande kommt. Wofür Sie wehren. Nicht, dass nicht was möglich war, wofür Sie wehren. Nein, nein, bin ich dagegen. Gegen Neuwahlen. Ja. Neuwahlen hoch 10. Nach dem Wahldebakel für die SPD, die Grünen und die FDP bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen sprechen sich inzwischen 57 Prozent der Befragten in einer aktuellen Insa-Umfrage für Neuwahlen auf Bundesebene aus. Nur noch weniger als ein Drittel will, dass die Ampelkoalition in Berlin weitermacht. Tatsächlich sieht es für die Ampel schon jetzt schlecht aus. Die Menschen sind nicht nur unzufrieden, sie wollen sogar Neuwahlen. Laut einer Insa-Umfrage spricht sich die Mehrheit der Bevölkerung gegen das Ampelbündnis aus und plädiert fürs vorzeitige Ende. Nur weniger als ein Drittel will dagegen, dass die Bundesregierung weitermacht. Zwölf Prozent sind unentschlossen oder möchten dazu keine Auskunft geben. Der Kanzler reagiert unbeeindruckt, sieht keinen Anlass für Neuwahlen nach den schlechten Ergebnissen. Es ist wichtig, dass wir die Probleme lösen, aber das ist immer richtig. Besonders mit der Migrationspolitik sind die Menschen laut der Umfrage unzufrieden. 59 Prozent der Befragten wünschen sich einen anderen Kurs bei dem Thema. Hilfsangebote dafür kommen von der Opposition. Auch für sie käme eine Wahl zur Unzeit, einen Kanzlerkandidaten gibt es nicht und die AfD und Freien Wähler graben ihnen die Stimmen ab. Eine Zusammenarbeit mit der Ampel wäre der Union lieber. Doch sollten alle Bemühungen erfolglos bleiben und auch Kooperationsangebote scheitern, sind Neuwahlen dann wirklich ein geeignetes Mittel? Neuwahlen nur deswegen, weil man mit der aktuellen Regierung unzufrieden ist, führen ein politisches System lediglich in die Instabilität. Steht die Ampel vor dem Aus? So geht es auf jeden Fall nicht weiter, das sagt FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Ihm reicht es. Immer neue Forderungen von Rot-Grün, immer mehr Kröten schlucken. Und was mich besonders nervt, meine Partei übrigens auch, jeden Tag haben wir Diskussionen über Steuererhöhungen und Abgaben. Besonderer Art, Frau Esken kann sich ja gar nicht mehr einholen vor lauter Freude. Und vor allen Dingen müssen wir dokumentieren, auf den Vertrag, den wir geschlossen haben, kann man sich verlassen. Wer das in Frage stellt, SPD oder Grüne, der stellt diese Koalition in Frage. Bruder, Sie haben zugehört. Ist das jetzt der Anfang vom Ende der Koalition? Nein, das glaube ich nicht. Die wollen durchhalten, das sind Drohgebärden, das ist Action in den Kulissen. Wobei, ich meine, er könnte schon sagen, lieber nicht regieren als schlecht regieren, schlecht regieren als gut regieren. Hauptsache, man ist dabei. Es ist ja kein Zufall, das ist wahrscheinlich das olympische Motto. Hauptsache, man macht mit, nicht? Wir trennen uns nicht, nein. Wir machen ja einen guten Job. Wir sind das bürgerliche Korrektiv in einer überwiegend linken Regierung. Das muss man alle mal immer bedenken, dass wir eben nicht links sind. Und natürlich gibt es Kompromisse, die gemacht werden müssen. Ich finde, Deutschland kann froh sein, dass wir dabei sind. Was ist denn die Alternative? Da gibt es keine so richtige Alternative momentan. Also müssen wir das durchziehen. Wenn Sie das hören, Frau Neigel, das ist doch eigentlich, man hat so viele Themen. Ich habe das gerade einmal aufgezählt, man passt einfach nicht zusammen. In einer Beziehung als Paar, da würde man beispielsweise sagen, wir müssen uns trennen. Sofort sich trennen. Wie wirkt das dann auf Sie? Eher dann wie so eine toxische Beziehung. Was glauben Sie, warum bleiben die dann zusammen? Ist das wie so ein Kleber an der Macht kleben? Naja, glauben heißt nicht wissen, aber ich vermute mal, dass es natürlich auch eine Möglichkeit ist, für die FDP an der Regierung zu sein. Wir haben keine Alternativen und es wird auch keine Neuwein geben in der jetzigen Situation. Da wird Steinmeier nie zustimmen. Wir reden ja schon von Merkel, es gibt immer eine Alternative. Es gibt immer eine Alternative. Fehlt der FDP da der Mut? Nein, wir haben uns glaube ich ganz gut arrangiert damit, dass wir uns wie kleine U-Boote an vielen Stellen durchsetzen können. Sie nennen es arrangiert, Herr Kubicki nennen es Krötenessen. Ja, hat er auch recht. Man fühlt sich manchmal wie beim Krötenessen, das stimmt auch, aber das geht den anderen genauso. Mit der Ehe zu vergleichen ist schon sehr schwierig. Außerdem gibt es Dreier-Ehen. Das ist nicht toxisch. Also ich finde es gut, dass wir uns streiten, weil wir tatsächlich wirklich aus völlig verschiedenen Ecken kommen. Nicht nur wir streiten uns mit, alle streiten sich untereinander, aber das ist doch toll. Also der Diskurs, der dabei entsteht, führt meistens zu einer besseren Lösung, als wenn wir uns alle einig wären immer. Im Prinzip ist es schon richtig, dass man sich streitet. Wie sagt man das in Ihrem Milieu? Da bin ich ganz bei Ihnen. In meinem Milieu? In meiner Blase. In Ihrer Komfortzone. Ja, in der Komfortzone, genau. Aber wissen Sie, wenn Sie nochmal, ich muss darauf zurückkommen, sagen, es gibt keine Alternative. Das ist Merkels Philosophie des Scheiters. Ja, das ist auch richtig. Natürlich gibt es Alternative. Es gibt skandinavische Modelle, wo es Minderheitenregierungen gibt, die sich jeweils die Mehrheiten zusammensuchen müssen. Es gibt holländische Modelle. Es gibt ganz viele andere Wege, es zu machen. Nur, wenn man sozusagen an der Macht klebt, um an der Macht zu kleben, ich glaube, das schädigt auf die Dauer die Fantasie. Das sehe ich genauso. Sagen Sie ruhig was. Ich sage, es gab noch nie Minderheitsregierung in der Bundesrepublik Deutschland. Das hat seinen Grund. Das ist hier ein bisschen anders als in Dänemark. Wissen Sie, das ist wie meine Lehre. Ich meine, ich habe eine vage Erinnerung. Ja, ich weiß. Wir haben das immer so gemacht. Sie haben das immer so gemacht. Ja, ist richtig. Wie was mit Neuem, was Neuem zu versuchen. Wissen Sie, einfach was Neues. Zum Beispiel Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Das ist echt mal was. Ich frage jetzt mal was ich. Überlegen Sie mal, was wir alles schon Gutes gemacht haben. Sie haben gerade gesagt, die Energiepreise steigen ins Unheimnis. Das stimmt ja nicht. Sie wollen ja auch weiter Gutes machen. Sie wollen weiterhin in der Regierung bleiben. Sie wollen weiter Sachpolitik betreiben. Sie brauchen jetzt die Liste gar nicht auf. Sie wollen da ja auch weitermachen. Carsten, bleiben wir mal beim Thema Politik und Geldverschwendung. Seit Mittwoch ist es offiziell. Die Berlin-Wahl ist ungültig und muss komplett neu durchgeführt werden. Wir erinnern uns noch einmal zurück an das peinliche Debakel. Am 26. September 2021 wurde in der Corona-Pandemie in Berlin der Bundestag, das Abgeordnetenhaus und die zwölf Bezirksparlamente neu gewählt. Zeitgleich fand in der Hauptstadt auch noch der Berlin-Marathon mit zahlreichen Straßensperren statt. Folge des organisatorischen Versagens? Es kam zu Pannen und Problemen. Bürger mussten stundenlang vor den Wahllokalen Schlange stehen. In vielen Wahllokalen fehlten Stimmzettel. Es gab nicht genügend Wahluhren. Ja, und viele Wähler konnten erst nach der offiziellen Schließungszeit um 18 Uhr abstimmen. Ein Versagen auf ganzer Linie, das uns nun mehr als 30 Millionen Euro kostet. Und jetzt übergebe ich an dich, lieber Carsten. 30 Millionen Euro, mit denen wir so viele wichtige Dinge machen können. Aber, und das will ich gleich vorweg sagen, das hat mich ja direkt betroffen. Wir haben uns ja, Marcel Lute und ein paar andere und ich, als damals freie Wähler zur Wahl gestellt für das Abgeordnetenhaus. Und der damalige Innensenator, Herr Geisel, hat entschieden, das von 365 möglichen Tagen, genau an dem wichtigsten Tag unserer Demokratie, Abgeordnetenwahl im Abgeordnetenhaus für Berlin und Bundestagswahl, hat Herr Geisel entschieden, dass dieser Marathon, der viele Straßen sperrt und viele Umwege gehen muss, dass der an dem Tag stattfindet. Ich meine, da kann man ja voll kaum noch von unglücklich reden. Da redet man ja wirklich schon von, für mich aus meinen Augen, schon fast Manipulation, wenn ich das so sehe. Aber, das muss jeder für sich selbst wissen. Entscheidend ist aber eins, die Demokratie wurde hier mit Füßen getreten. Es darf nicht sein, dass in unserem Land, in diesem fortschrittlichen Land, dass dort solche Dinge passieren. Wir kussehen sowas immer aus anderen Ländern und sagen, was für eine Bananenrepublik. Und jetzt findet hier sowas statt. Aber darin ist auch jetzt eine große Chance. Aber wir wollen nicht vergessen, es war nicht die CDU, es war nicht die Grünen, es war nicht die AfD oder sonst wer, sondern es war Marcel Lute und es waren Journalisten von Tischis, die das aufgedeckt haben. Und nur deshalb, und nur deshalb kommt es zu einer Neuwahl für die Demokratie. Du hast schon manche Tat getan. Witte, 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 witt, bumm, bumm.